Ich habe nämlich immer seit letztens Angst, dass die Aufnahmen abscheißt und ich den Sachen konvertieren muss und so. Oh, it's... What's your status? Screen. Nice. Und ja, deswegen bin ich in der letzten Zeit relativ vorsichtig, weil ich keine Lust habe, das dann alles zweimal zu spielen und so. Keine Ahnung. Okay. Looks like they got themselves cornered. Or were committed to the position. I'm going with cornered. There's nothing here. No load-bearing columns either. Sir, if we're supposed to blow this place, this ain't the spot to do it from. Dot, check your vector. Vector confirmed, Commander. We are precisely where Oni has directed. Apologies. Coordinates revised. Please confirm. Revised? By an AI of unknown origin whose clearance is well above my own. Well, it's pointing us a click and a half east and 2,000 feet underground. I didn't bring my shovel, Commander. Sir, I say we go AI free on this one. Obviously these coordinates are junk and the longer we go chasing them. What is this dot? Our revised route, Commander. Alright, we came this far. the record. The record... The record... The record where you can find knowing if you have things that you realize, Die neue A.I. Freund sagt dir was anderes, Dot? Dot. Sie hat dich erwartet. Das ist perfekt. Das ist ein Lach-Key-Discovery. Es hat endlich die Geheimnisse dieser Exkavation eröffnet. Ich bin nicht sicher, dass ich das verstehe. Deine Orte waren ein Pretext, um dich zu mir zu bringen und haben überrascht. Du bist hier, Team Noble, um die Erstellung dieser wichtigen Daten zu einer geschlossenen Location zu verhindern. Doktor, unsere Orte sind, um alle sensitive Materialien zu verhindern. Andere werden die Demolition zu verhindern. Ich brauche, dass ich diese neue Direktive mit dem Kommand. Colonel Holland wird beobachten. Du gehst jetzt an Oni. Nein, will ich nicht. Ich will nicht. Ah. Ich will nicht zu diesem Kackverein gehören. Ich glaube, es ist eine Artifache, eine Artifache, keine Human, oder Covenant in Origen. Er hat sich über unsere Begründung nachdem, bis jetzt. Dank an Noble, die Daten der Decryptung ist, fast komplett. Was wir hier machen, besser machen wir es schnell. Die Daten sind bereit, Ma'am. Wir kommen zu Ihnen. Der Decrypting-Prozess ist noch in den Weg. Ich glaube, Sie verstehen nicht. Wir sind aus dem Zeitpunkt. Wenn es nicht portable ist, wenn wir Sie kommen, wird es geburten. Geburten Sie, und Sie geburten Menschen's beste Chance für die Überleben. Commander, Sie haben sich gefragt, was Ihre Spartans sterben? Sie sterben für das. Bitte, Sie kaufen mir alle Zeit, wie Sie können. Ich werde sie suchen. Ich werde sie suchen. Ich werde sie suchen. Die Schafe ist nicht eine Natur-Information. Sie haben nur die Beziehung. Sie haben es sicher. Doktor, wir haben Hostels in Bound. Spartans, Sie können nicht den Covenant durch die Tür zu meinem Lab. Entstanden. Lass uns den Doktor die Zeit, die sie braucht. Okay. Nummer 18, es gibt vier Torrenten, die Sie helfen, in den Laben zu schützen. Geh sie online und schnell. Wenn die Torrenten zu viel Schmerzen nehmen, werden sie sich verabschieden, um zu rechnen. Sie müssen sie reaktivieren, wenn sie online zurückkommen. Nummer 6. 2. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 7. 7. 7. 8. 8. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 11. 12. 12. 13. 14. 15. 15. 16. 16. wichtig und schützern und wir machen jetzt mal die geschütze schnell an und dann begeben wir uns ganz ganz schnell zum rest von noble team weil sonst haben wir echt ein problem weil jetzt überall über uns allianz wir könnten uns jetzt auch ein band check haben aber ich weiß nicht mal gucken wir vielleicht probieren das gleich mal aber ich habe eigentlich nicht mal sehen wir sehen jetzt mal was wir so hier oben finden so ok freunde was haben wir hier waffenschränke sieht cool aus dma sehr viel nade launcher ok wir haben noch eine shotgun ist immer gut ein spartan laser fuck yeah eine meiner liebsten waffen in halo weil so auch wenn ohne kacke ist ja noch mal richtig das so sagen wir sollten am besten auch mal gucken dass die geschütze nicht so krass viel damage bekommen weil die sich dann abschalten für eine zeit und wir die dann wieder aktivieren müssen und shit und ja hier oben der mensch ist relativ weit weg macht uns gerade keine sorgen oder ist ein zweiter fuck you mother fucker so ok brutes 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 ich sag mal so solange keine eliten kommen könnte es uns ganz gut gehen aber wenn ein paar eliten kommen wird schon schwierig weil die wie wir im verlaufe dieses spiels festgestellt haben dann schild und schakale sind nervig haben wir auch festgestellt so OB ist was da und wo ist denn B da unten oh ja ich sehe warum ähm ok sie haben einen Raze das ist nicht gut denn Raze sind meine Erzfreunde und warum NOBEL TEAM könnt ihr auch mal bitte ein bisschen eure FORCES zu activate wenigstens irgendwie ein bisschen SUPPRESSION FIRE geben wir brauchen Munition ŞNELL Ich mag diese nachladenden Wenn es mal beziehungsweise komplett leer ist Das ist ja ein bisschen anders als die Normale Wir müssen den Rays gleich auch mal ausschalten Aber ich komme hier nicht weg Weil hier immer Irgendwelche neuen Gegner kommen Okay, besser jetzt als nie Los, los, los Screw you Ich will hier durch Okay, schnell, schnell, schnell Hier ist ein scheiß Rays Warum hält er wieder mehr als einen Schuss aus? Ich will dafür eigentlich nicht nochmal Er ist Barton Munition Ja, Sparton Munition Okay, er schießt zumindest nicht auf mich Was ziemlich cool ist Aber er soll kaputt gehen Ja, kaputt, goddamit So Und jetzt Gut, alle Geschütze stehen noch Das ist eigentlich doof Weil B ist fast tot Und nicht ganz tot Und nach Ich will jetzt gleich quasi direkt drauf gehen Was irgendwie doof ist Hallo Freundchen Stirb So Okay Ja Ich weiß Okay Aber nur weil du es vorschlägst Wenn das nicht klappt Dann Dann werde ich dich dafür verantwortlich machen So Okay Wo ist der Banshee Dahin Ja, B ist jetzt down Ah ne, B ist noch gar nicht down Lol Ah, ist down Okay Ich bin mal hier hochgegangen Wegen den Landstern halt gleich Hoffentlich Könnte ich ihn da mal anschließen Dann kommt er vielleicht her Es wird nicht klappen Weil es hat das letzte Mal bei Spire Wenn ihr euch erinnert Schon so unglaublich perfekt geklappt Beim ersten Versuch Dass es jetzt wahrscheinlich episch failen wird Turret offline Und ähm Ja Oh Gott Schock ist ein Ranger Ähm What could I do Komm her Oh nice Oh Oh, der war gar kein Lol Goddammit Scheiß Ghost Alle Warum Warum Habe ich einen Skirmischer Auf mir drauf gehabt Er hätte auch sterben können Müssen sollen Was auch immer Oh fuck Ich bin Am Arsch Goddammit Nein Melee Wir stützen es ab Wir stützen es ab Fuck Pfff Alter Wie habe ich das überlegt Ich muss sagen Ich kann es mit Banshee auch nicht Obwohl ich den Reach Bandy Bandy Banshee Multiplayer Sehr OP finde Wo ist jetzt der Ghost Wo ist jetzt der Ghost hin Gut reist denn nicht Dom Goddammit Ich muss gleich auch mal wieder die Geschütze aktivieren So Jetzt Jetzt machen wir mal die richtig Banshee Action Bitte Ich bin gerade Ich bin gerade Ich stelle mich sehr ungeschickt an Muss ich ehrlich gesagt sagen Aber gut Aber gut Shit happens Wir machen jetzt erstmal wieder hier unseren Job Und ähm Und ähm Aktivieren das Geschütz So Und dann aktivieren wir Dich hier noch Aber erstmal Dich hier noch Aber erst mal Und jetzt Dich Und dann fehlt uns sogar noch Eins B D D D Oh goddammit D ULTRA Wo ist B Wo ist B Wo ist B Wo ist B Ah Hier Hier Du bist So Okay Das ist Und jetzt Let's fight Again Das ist gut Finde ich gut Heussi Das Ähm Okay Winden wir mal ein wenig An Höhe wieder Oh scheiße Hallo Freunde Ihr deckt doch jetzt sicher Da ich zu euch gehöre Oder ich hab doch schließlich Einen Banshee Ja Nein Return to Besselfield As I do so Ähm Ähm Ffff Fuck Weg hier weg hier weg hier weg hier weg hier Bevor das Geschütz uns zerfetzt Geht Destroid Man Okay da hinten ist noch ein Okay erstmal helfen wir dem Nobelteam Und jetzt zerstellen wir den anderen Race Come on Oh fuck der ist ja schon Oh oh Okay okay gut lassen wir den Race Opening Labotari door Boah So So ähm So Und ich will gerne Sprinten wieder haben Einen kleinen Moment bitte Wir sind gleich nach der Werbung wieder für sie da Okay Gut rein Nobelteam Los 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 Hier in der Nähe gibt es übrigens auch ein krasses Easter Eggs wo man in so ein super secret Traum kommt mit Shit und so und den Ähm Da muss man irgendwo noch einen Knopf drücken auf der anderen Seite der Map und Shit Aber das würde jetzt zu lange dauern Aber das würde jetzt zu lange dauern Aber das würde jetzt zu lange dauern Der Datenkern Sieht ziemlich cool aus übrigens Ziemlich cool aus übrigens What is this stuff Knowledge A birthright from an ancient civilization Birthright This AI is its custodian And she has chosen you as her couriers Chosen By an AI By this AI Yes Her measure of you carries as much weight as my own Perhaps more You are to take her to the UNSC ship breaking yard in Azod There you'll find a Halcyon class cruiser waiting to get her off planet I understand Do you Mankind is outmatched When Reach falls And it will fall Our annihilation is all but certain Unless We can glean from this artifact A defense against the covenant A game changer On the level of the conical bullet in the 19th century Or faster than light travel in the 23rd And what if we can't An apt question If there were somewhere else to place our hope There is not Take it, Lieutenant She has made her choice Do you have it? Yes Say the words, please I have it Dr. Halsey, Noble 3 will escort you to Castle Base I require no escort commander June, make sure nothing falls into enemy hands I'll do what's necessary, sir Good luck You too, rifleman Diese Szene ist übrigens verdammt wichtig, finde ich Aber dazu später vielleicht mehr I need a heading dot At 3 km north Turn right Heading 0, 5, 0 Which leads to The ship breaking yards in Azod The only off-planet extraction point left on this continent Small-scale air attacks have decimated many convoys en route An armada of covenant cruisers is hastening to the site as well UNSC cruiser, pillar of autumn, is awaiting your arrival Wouldn't be a noble mission if it were easy Das stimmt, Volkart But finally we have to find off here Such a secret D Gel